Peggy 18 Benjamin Trevis, Alter 43, ISI-Betreuer, Gameran. Berufssoldat 1990-1999, gedehnt im US-Marienkorps. Ausgezeichnet mit dem Bronze Stern für heldenhafte Leistungen. Bessert Storm 1991. Unehrenhafte Entlassung, Dezember 99, Folge einer Serie unautorisierter verdeckter Operationen. Gefängnisstrafe per Begnadigung aufgehoben, durch ISI-Typ 6 Intervention. Rekrutiert im Februar 01, ausgebildet im Außendienststelle 1. Erwartungen schnell übertroffen, befördert in die Aufklärung. Anlass zur psychologischen Überwachung. Initiiert. Spezialisiert in Operationen, die das Ausschalten sensibler Ziele involvieren. Demonstriert Führungsstärke und Innovation. Steuert und manipuliert Konfliktszenarios mit natürlicher Begabung. Architekt zahlreicher ISI-Programme und Initiativen. Beförderung Tetraran. Psychologische Überwachung. Eingestellt. Ausgewählt, um die Anna Byrne-Wood zu ersetzen. Neuer Betreuer des ISI-Mitarbeiters. Codename, Agent 47. Eingestellt. Ausgewählt, um die Anna Byrne-Wood zu ersetzen.